Kommen wir nun zur Projektausstellung. Hierzu müssen Sie einfach in die Projekte hineingehen und dann auf neues Projekt klicken. Jedes Projekt kann, wie Sie sehen, in unterschiedlichen Phasen sein. Diese Phasen können Sie natürlich selbst verwalten. Hier können Sie als allererstes einmal einen Projekttitel vergeben, danach Kontakte hinzufügen, die sich auf dieses Projekt beziehen, ebenso eine Phase auswählen, in der sich dieses Projekt befindet, einen Projektleiter selektieren, einen Vertriebsmitarbeiter, der ebenso mit diesem Projekt zu tun hat und weitere Projektmitglieder aus Ihrer Firma auswählen. In der Projektbeschreibung sollten Sie Ihr Projekt in wenigen Worten umreißen. Sie können ebenso ein Auftragseingangsdatum festlegen, einen Starttermin und ebenso ein Abschlussdatum für dieses Projekt. Ebenso können Sie in diesem Bereich auch noch kaufmännische Informationen eingeben. Ebenso wichtig für Sie die Zeitplanung, wo Sie auch einen Abschlusstermin des gesamten Projekts festlegen können. Haben Sie nun das Projekt angelegt, können Sie hier gleich Dokumente hochladen oder eben Aufgaben an verschiedene Mitarbeiter verteilen. Hier müssen Sie nur kurz eine Bezeichnung der Aufgabe eintippen. Danach folgt eine kurze Beschreibung. Ebenso sollte die Aufgabe in ein paar Schlafwörtern umrissen werden. Zu guter Letzt reisen Sie die Aufgabe dann einem Projektmitarbeiter zu.